So, und jetzt müssen wir alles da wieder auf der Reise halten, oder was? Ja, hier ist aber auch irgendwo noch ein Hordeflugpunkt. Genau, den können wir auch dann gleich mitnehmen. Aber ich dachte, da kann man gar nicht rüber. Nein, da kann man nicht rüber! Da müssen wir wieder aus. Ja, aber da müsst ihr aufpassen, weil da vorne, das ist ja 1000 Nadeln. Eigentlich. 1000 Nadeln hätte man natürlich auch fliegen können wie ein Gimps, geil? Da wären wir genau da rausgekommen. Hätten wir. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, weil das sind... Ja gut, 33er, das ist ja 33er. 40er. Die sollten mich angreifen. Wird schon schiefgehen. Sie rennen da schon nach. Ja, ja, das ist immer schon klar. Die freuen sich oft. Ich schau nicht da... Also, ich hab noch keinen Totenkopf gefunden. Mich zum Glück auch noch keiner. Ne. 30er, 40er... Ja. Immer weiter geradeaus. Dann kommen wir zum Flugpunkt. 30er... Äh, guck mal dein Leben. Nummer 30er. Ja, ja. Schwimm mal dein Leben, Mann. Ja, ja. So. Schaut doch besser aus, oder? Hier ist ein Flugpunkt. Das gibt's ja nicht. Lass dich wieder aufmountain. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ganz bestimmt nicht. Doch, ich komm hoch. Waaah, Allrad reingemacht. Yay! Ist da... Bin du da draufgekommen? Ich bin hochgeschlafen. Ich bin hochgeschlafen. Ich mag da rauf. Guck da. Ganz hier, ganz hoch. Genau. Ja, alle. Sieh klar, wer bleibt wieder hänger? Das Skelett. So. Dann nehmen wir den Flugpunkt. Keine Kraft in deinen skelettigen Beinen. Und dann laufen wir weiter. Wir sind mittlerweile bei 16 Minuten Aufnahme. Entweder in der einen oder noch in der gleichen Folge. Also eine oder andere Folge. Nein, 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 nein. Mann, weiß ich nicht genau. Mann, weiß ich nicht genau. Jetzt hab ich schon wieder... Was ist denn da? Jetzt verfolgt mir schon wieder was. Ja, ein Raptor. Ein Raptor. Was haben wir denn da für ein Level... Also da ist es aber schön. Ja, ne? Ja, da ist grün. Das ist aber hübsch. Ist es zu grün? Hat sich gut verändert. Scheiße grün, Alter. Levelbereich 30, ok? Es ist grün zu grün wie Spanien's Blütenblühen. Ja, das auch. Level 30 ist ja schon mal cool. Es wird besser. Es wird besser. Es wird besser. Ja. Ja. Hat sich aber zu Positiven verändert hier ein bisschen so. Mit dem Grün her. Ja. Das sind so Schlingen. Die sind nicht cool. Die müssen so rumwedeln. Ah, kannst du sogar kaputt machen. Ja. Da hinten steht Stonehenge. Cool. Schaut echt nice aus. Kann man nicht helfen. Äh. Da ist der nächste Flugpunkt. Den werden wir aber auch gleich mitnehmen. Ja, klar. Das sind nur 3 Flugpunkte. Bis hin. 2 Flugpunkte bis runter eigentlich. Ja. Bauen sagt mir die direkt mal ein. Aber nur ganz kurz grün. Jetzt wird wieder... Bäh. 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 Mein Levelbereich hat sich nicht unbedingt geändert. M-mh. Nö. Hrrrrrrrrrrrrr. Ich glaub ich hab den Flugpunkt grad über sein, wo ist denn der? Nach nem Stück, ich bin nicht mehr nur dort, also kannst du auch noch nicht dort sein. Ne. Achso. Ganz hier unten. Wo seid's? Der Flugpunkt wäre hier irgendwo, da? Ja sollte. Ah, da drüben ist jetzt das neue Dorf. Das wird jetzt da geheißen Camp Tauraje wahrscheinlich. Oder? Der Flugpunkt. War das früher mal? War das? War aber mal einmal. Können wir Quests da nehmen. Krass. Ja die Quests lassen wir jetzt mal gekonnt aus. Und läuft da noch mal weiter. Das hat doch seinen Sinn wenn man die sieht, dann muss man die machen auch wenn die nicht bringt. Ja genau. Was ist denn das da für cooles Dor? Das geht zum Startgebiet der Tauren. Das haben sie ja zugemacht. Ne. Mulgo. Doch. Ja Mulgo. Ich weiß doch wo ich herkomme. Ah ja genau. Das war. Ja da war dann irgendwo, da war dann sicher Camp Tauraje hat das da geheißen. Ja. Da ist nix mehr mit Flugpunkten. Ne. Wir müssen weiterziehen. Ok. Da. Camp Tauraje. 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 Überreste von Camp Tauraje. Ich hab's gewusst dass das irgendwie so heißt. Und alles zerstört. Alles tot. Alles Kataklysmus. Ist da vorne schon wieder eine Schlucht? Na oder? Ne. 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 Erhebung. Der Spalte. 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 Mit dem neuen Facing. Mit meiner Jägerin drüber geflogen. Also sieht schon krass aus. Wir werden da Probleme haben. Ok. Da haben wir das neue Störfchen oder? Da ist sicher der Flugpunkt drin. Wow. Boah. Was hat denn die Horde hier hingeschissen. Ja. Spalte. 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 mhm soo jetzt sind wir wieder, das ist wieder die classic road ja die classic road genau, was ist da drüben das ist eh schon der Steinbruch von den Gnome gewesen, oder? genau, ja der ist aber erneuert worden der schaut Pimp mal Steinbruch jetzt neu, auf D-Max ja die haben generell Pimping WoW betrieben hier also soo ist schon da greifen tut die, da ist ja ziemlich uis ja, die sind alle aggro da ist ein Flugpunkt oi, na, er schaut doch, er schaut anders aus haha, wieder für nixens aufgedeckt meint, müssen wir durch die Dornen durch? mhm warte mal, warte mal, warte mal warte mal, warte mal, warte mal wir sind beinahe in tausend Nadeln da ist er gewesen Ha! Zwifti! Zwifti! Schau, was da ist! Das waren frühe die Steine, wo du hermüssen hast. Müssen tun. Die musstest du finden für die Innis, und hier konntest du dann die Spieler herteleportieren, über diese Steine. Da musstest du aber schon zu zweit sein. Zu zweit oder zu dritt? Ne, zu zweit, oder? Zu zweit, zu zweit, dritt? Also muss schon mehrere sein, damit du ein, zwei nach Porten können. Und da hinten glitzert der Eingang von der Innis. Ja. Das sagt man. Und das war... auf der anderen Seite... das darf jetzt ein, Huuuu... nein! Kral sei. Genau. Genau. Kral ist das und auf der anderen Seite in dem Gang ist irgendwo Hügel. Das ist aber relativ geschissen versteckt. Das zeig ich jetzt nicht. Wir sind jetzt beim großen Aufzug! Ehm, hier willst du festen gehen? Ja! Oh! WTF! Das ist Wasser! Ganz sicher! Warum ist das Wasser? Kataklysmus! Aber da hinten ist eine Brücke. Da ist ein flexibel ist, gerade sogar zuじゃあst. Wo? Auf der linken Seite. Ja, aber die ist abgerissen. Nee, da ganz drüben ist der... Ja, da müssen wir jetzt durch den Kral durch, also durch die Hügel durch. Ja, weil hier können wir nicht... Ja, scheiß doch die Wand an! Ja, das muss ich aber jetzt unbedingt, das muss ich mal anschauen. Heftig, ne? Ja, das muss ich mal anschauen. Dann rennen wir da ein Stück zurück und rennen Richtung Kral umme. Nein, Richtung Hügel umme. Und da müssen dann irgendwo der Weg sich abzweigen. Ja, stell mal, wenn wir hier durch... Nein, wenn wir nicht hier durchgehen, aber woanders durch, dann... Ja, irgendwo da müsste das doch sein. Müsste doch eigentlich gehen, wenn wir uns hier ein bisschen rechts halten. Ja, ich glaube, dass erst bei der nächsten Abzwege, wenn eine gegangen ist. Hinterm Mond gleich links. Jetzt sind wir aber wieder total heraßen, gell? Hm, vielleicht hier irgendwo. Ich hänge fest. Scheiß Dorn! Ja. Okay, also jetzt wird's dann Weg Erkundung Xtreme, ich sag's euch. Müssen wir hier oben rumlaufen, denke ich mal. Oder? Ne, da kommen wir gar nicht durch. Ne, 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 ne. Das muss doch da drin irgendwo sein, das es gibt. Außerdem muss in die eine Seite, muss ein Weg sein für, äh... Krall der Klinghauer. Äh, Hügel der Klinghauer. Der muss da irgendwo sein. Hier bei dem Gebiet hoch, hier bei dem Zwergengedöns müssen wir hoch. Und dann hinten runter... Äh, hier ist alles zu. Ja, ich schau da grad, ich probier grad einen Alternativweg. Okay, also ich bin da, dahint kommt mir auf alle Fälle um. Wo? Da geht's dann wirklich tief hin. Da ist jetzt tausend Nadeln. Ich bin jetzt in Hügel. In die Hügel herinnen. Oh, Level 41, jetzt wird's interessant. Okay. Ah ja. Es wird mal... Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Ich bin ganz weit weg. Ich bin ganz weit weg. Jetzt habe ich aber dann echt viel von die Scheiße am Hals. Äh, nicht stehen bleiben, laufen. Und hoffen, dass sie mich nicht abmauten. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo du lange laufen wirst. Ja! Schaut euch meine Aufnahme an. Ja. Jetzt krieg's. In zwei, drei Wochen sehen wir uns wieder. Wo bist du da eine? Ich bin bei der Brücke. Ich bin bei der Brücke. Ich bin bei der Brücke. Brrrr. Oder? Bitte lass das eine Brücke sein. Wo bist du denn rein gelaufen? Hörst mich bitte. Hörst mich bitte an. Ne, ich bin nicht bei einer Brücke. Na ja, ich bin bei nahe bei einer Brücke. Wow. Weiß echt nicht, wie tausend Nadeln, wie man da... Oh. Ähm. Da wo es eh satt. Ähm. Irgendwo gibt's da... Ich glaube, da wo meine Schwester ist, Danny. Da musst... Ähm. Renn einmal ein Stückerl. Ein Stückchen... Halt, 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 halt. Bist schon zu weit. Und da musst jetzt links. Ich? Nein, eins weiter vorne. Bei dem... Da ist da... Da wird der Weg angezeigt. Meine Schwester, da wo du bist, da kann man auch drüber klettern. Da bin ich drüber gerallt. Und da... Ich hab da drinnen jetzt nichts getötet. Ich bin einfach nur durchgelaufen. Ich fang aber jetzt hier an zum töten. Und werde die... Und werde die... Zwei dann einmal da... Gulasch machen. In der Zeit, wo sie es nicht da sitzen. Okay. Also hier oben rüber und dann durch das Gestrüpp. Genau. Oh ja. Und dann einfach... Ja und da sind... Also ich bin... Abgemauntet hat mich nichts. Und es haben mich so circa... 50.000 Fiecher... Doch. Ich bin tot. Aber meine Schwester ist tot. Also mich hat nichts abgemauntet. Nur so zur Info. Jetzt weiß ich kurz davor. Dolo, wo ist der nächste Friedenhof? Kurz davor, dass ich bei dir war. Ja, du kannst nicht mehr Schwester riesen, oder? Ach ja, verdammt, ja. Aber ich hab 10.000 Fische am Arsch. Ich lieg im Wasser. Und ich nicht bei. Ich steh im Wasser. Ja, super. Und ich bin da jetzt grad in irgendeine Spalte gefallen und weiß nicht wie du mit dir auskommst. Ich bin da jetzt irgendwo im... Nirgendwo. Du... Du bist irgendwo... Beim Friedhof. Du bist beim Friedhof. Ja wirklich? Ja, da bin ich. Da rein ich grad. Cool. Ich kann dich gleich wiederbeleben, wenn ich hier die Dinger umgehauen hab. Es ist grad episch, wie ich mich hier durchkämpfe durch die 10.000 Mobsgruppen. Möbse. Ja, nur das Problem ist direkt beim... Äh... Äh... Direkt beim... 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 Beim Aufzug bin ich... Also direkt beim... Äh... Bei der Brücke bin ich gar nicht. Mhm. Ich bin ein bissl daneben, aber... Wenn ich aus dem Map geh... Also ich muss da... Da muss mir irgendwie da... Ich muss da... Ja? Ja? Kann ich mich wiederbeleben? Äh... Ohne dass mich gleich wieder etwas tötet. Ach du... Du bist mit deinem Geist schon hier? Sonst hätt ich dich zurückgenommen. Ja? Bin schon da. Ja. Guten Tag. So. Können wir weitergehen. Äh... Was greift mich jetzt da? Wo ist da einer? Hilfe! Ich kenn doch schon mal vor und schreit Hilfe. Das ist toll. Ja, ich bin eine epische Stoff-Tank-Klasse. Ja? Du hast... Es drauf. Auf jeden. Du. Sag einmal nimmst du alles mit? Ja, aber ich seh grad und schenk grad hinterm Zaun fest. Das ist nur ein Problem. Äh... 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 Kommst du mit allein nicht schmeißen? Ja. Ja, ich komm. So. Wo jetzt sind die Eddy? Ja, da... Äh, da hinten, herrüben. Ich schau grad, ob ich... Nicht von derer Seite irgendwo Richtung... Da kommt man zur Brücke! Du musst noch keine Juden? Nein. Hallo? Was tust du da unten? Hallo? Ich steh hier oben. Ja... Ja, da bin ich auch schon mal angewurschtelt. Das ist total falsch. Ja, ich komm eh schon wieder rauf, ey. Ich mach der Wärme da hier oben die 40er platt. Dass ich auch was zum Dorr hab. Wo bist du denn da rauf gegangen? Wo bist du denn da hochgekommen, ey? Ja, hinten beim Dorf, da ist ein so ein kleines Hütchen. Und hinter dem Hütchen ist ein Weg. Also da schaffen wir's. Okay. Na toll, jetzt flieg ich wieder runter. Hinter dem Hütchen. Das ist da das Hütchen. Hinter dem Hütchen. Ja, genau. Da ist dann... Also ich seid überhaupt nicht WoW... Das ist eher Parkour irgendwas wir machen. Und nicht WoW zocken. Ja. Das ist alles Köttisch. Also, ich bin hier...